Diese Krieg ist eine Krankheit, die durch Blut spült von Kriegern. Ich fühle die Wind aus der Gathering-Storm. Im Hauptquartier des Führers sprach der Oberkommandierende des Heeres am 15. März 1946 über die jüngsten Erfolge der deutschen Armee. Voller Zuversicht, dass der Endsieg in nur wenigen Jahren zu erreichen sei, sprache dem großen Fortschritt der deutschen Waffentechnologie unter der Führung von General Wilhelm Strasse einen großen Anteil an... ...Death Said is manufacturing unstoppable killing machines in a secret compound. Die Papiere bitte. Hier. Fahren Sie zum Kontrollpunkt da vorne und zeigen Sie dort Ihre Papiere. Vielen Dank. Wird du sehen. Ich bin ich, Blazkowicz. Wir sind ein guter Team. Wir können das tun. Okay, schau mal. Du bist Deutsch? Frankly, es ist atrocious. So, keine sprechen. Und schau dir deine Schäuze für so lange wie du kannst. Die Papiere sind vorbereitet, bevor du in der Glovebox bist. Da. Okay. Okay. Let's go. And remember. Stay focused. Stay quiet. And follow me. Right? Kommandad Franz. Aus Frankfurt. Guten Morgen. Guten Morgen. Fuck it. Um Himmels Willen stramm stehen, Fritz. Der Jäger kommt gleich. Jawohl. Er macht Hundefutter aus dir, wenn er dich so sieht. Was soll ich denn dann deiner Mutter erzählen? Entschuldige, Onkel. Nenn mich nicht so. Entschuldigung. Zeigen Sie Ihre Papiere. Hier. Bitte sehen. Alles klar. Guten Morgen, Herr Jäger. Was gibt's, Greta? Die Papiere, bitte. Augenblick, warten Sie. Aus Frankfurt. Sind Sie Frankfurter? Ja, äh, ein Hot Dog. Die werden sich wundern, wenn wir an der Macht sind. Hehehehe, weiter. Kreta, bei Fuß. Ich weiß nicht, dass ich etwas sagen kann. Das war Rudi Jäger, Helga 2. Ich höre, dass er seine Brüder mit den Kasteln schützt. Helga von Scharps. Was ist ein Schmerz, der Arbeit. Handpickt von Deathshead selbst, als ein Mitglied der SS-Paranormal Division. Ich hatte die Missfortune von ihr auf eine Mission zu Tanzanika. Kann ich euch erzählen, Blazkowicz? Ich war mit Blackwater Fever in der Zeit. Vielleicht der schlimmste Tag meiner Leben. Nicht nur eine riesige Maschinen-Wüßke könnte meinen Konditionen verbessern, wenn du mir vorstellen kannst. Anyway, dieses Kastel, Helga erneut. Es ist ihre Occult-Research-Center. Wir brauchen Deathshead, oder die Krieg wird verloren. Und Helga ist wichtig in das zu tun. Es gibt eine Top-Secret-Document-Folder in Helga's Office. Es sollte uns die Location von Deathshead's Kompound geben. Once we have that, well then, we can launch an assault on his base of operations. Shoot him dead, turn this failure of a war around, and be back, just in time for tea. Right, off you go. I'll disable the alarm. You head for Helga's Research Center. We'll stay in touch via radio, leaving the channel open. Okay, inside the elevator. Oh, roger that. Can't spot it. Going in for the kill. Shh, 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 shh. There you go now. Sleep tight. Oh, we're here. Eight people! Oh that's true. Oh you go now. No, 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 no. Hey, I'll do it. Oh! Oh! Let's go. Oh shh, shh. Was? 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 Public out, OPJ. Don't shoot. Just me. I'll take a gander up here. Look for a safe. That's where the folder should be. Okay, Helga. Where do you keep your secrets? Now, if I was a safe, where would I hide? Well, I guess I wouldn't hide because I wouldn't be sentient, would I? But I guess I would just be. So, where would I be then? Blasco, let's go through every nook and cranny. So not leaving here without that folder. Blast it. Ah. I found the safe, but the bloody folder is gone. It's just not there. I saw a radio down there. Use it to contact Kessler. Tell him we can't find the folder. Make it snappy, Blaskowitz. It's just not there. I'll stay on the lookout. Pathfinder calling Landseer. Come in, Landseer. Over. This is Landseer speaking. Over. Landseer, we can't find Lucy's present. Over. Pathfinder, I have new information regarding Lucy's present. Run and move with me as soon as you can. We will discuss further. Over. Roger. Pathfinder out. Shit. Bloody hell. Hold him off, Blaskowitz. I'll find us an escape route. Remember, nothing good left in the world. Pull those Nazis, Blaskowitz. Working on it! I just got it! I'm out of my head! 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 Achtung! Granate! Aufwand! Granate! Granate! Achtung! Achtung! Aufrufen! Achtung! Ich hoffe, ich habe es vor! Ich habe es vor! Werfe Granate! Granate! Jawohl! Ich habe es vor! Wer ist vor! Granate! Wo ist es? Granate! Granate! How's that exit coming along, Wesley? Und wir haben noch eine Chance. Kessler weiß etwas. Es ist gut, wenn wir nicht aus diesem Ort kommen. Ich habe einen Weg raus. Komm hier, ich werde dir helfen. Wir treffen Kessler in der Tavern-Village. Hier sind wir. Geh hier, schnell wie Sie können. Hier, keine Rückkehr, BJ. Geh weiter! Was ist das? Geh! 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 Fuck!